Die Sperrzone von Tschernobyl ist ein Ort, an dem die Zeit scheinbar stehen geblieben ist. Fast vier Jahrzehnte sind seit der Katastrophe vergangen, doch die Folgen lasten immer noch wie eine schwere Wolke über dieser Region. Innerhalb dieser unheimlichen und radioaktiven Einöde hat etwas Erstaunliches die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler auf sich gezogen. Selbst bei hohen Strahlungswerten hat sich die Natur nicht nur nicht aufgegeben, sondern sich angepasst und neue Lebensformen hervorgebracht. Während die meisten Pflanzen und Tiere solchen harschen Bedingungen ausweichen würden, sind einige Pflanzen wie unbeugsame Helden durch den toxischen Boden gewachsen. Ihre Existenz ist ein erstaunliches Rätsel, das die Forscher fasziniert. Dieser Ort sollte eigentlich jeglichen Lebens beraubt sein. Und doch existieren hier, zur Überraschung der Wissenschaftler, Arten, die der Wissenschaft zuvor unbekannt waren. Diese geheimnisvollen Pflanzen wachsen nicht nur, sie gedeihen in der unwirtlichen Umgebung. Ihr Laub strahlt einen seltsamen Grünton aus, und die Stängel sind kräftig und widerstandsfähig, als wären sie eigens geschaffen, um der Strahlung zu trotzen. Jedes Blatt und jeder Trieb dieser Pflanzen ist ein eigenes Rätsel, das Forscher dazu verleitet, seine Lösung zu suchen. Die Wissenschaftler, die in der Zone arbeiten, erinnern an Schatzsucher, die auf der Suche nach der Wahrheit durch die Ruinen irren. Sie wissen, dass sie es nicht einfach mit einer Anomalie zu tun haben, sondern mit einem Hinweis der Natur, der viel über ihre Überlebensfähigkeit verraten kann. Diese Pflanzen sind nicht aus dem Nichts entstanden. Sie haben für die Wissenschaftler eine neue Ebene der Forschung eröffnet und versprechen, den Schleier über unglaubliche Schutz- und Anpassungsmechanismen lebender Organismen zu lüften. Vor dem Hintergrund dieses rätselhaften Bildes tauchen noch faszinierendere Fragen auf, die sich erst allmählich in den Köpfen der Forscher zu formen beginnen. Wie konnten diese Pflanzen nicht nur überleben, sondern sich sogar in Bedingungen entwickeln, die völlig lebensfeindlich erscheinen? Eine geheime Gruppe von Wissenschaftlern, gleichsam als Geister der Wissenschaft, erhielt Zugang zur Sperrzone von Tschernobyl. Diese Forscher, vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen, arbeiteten unter strengster Geheimhaltung, denn die Entdeckung, die sie machten, könnte unser Verständnis vom Leben unter dem Einfluss von Strahlung grundlegend verändern. Die Gruppe bestand aus Botanikern, Biochemikern und Genetikern, von denen jeder über jahrelange Erfahrung in der Erforschung von Pflanzen unter extremen Bedingungen verfügte. Doch selbst die Erfahrung dieser Spezialisten hatte sie nicht auf das vorbereitet, was sie entdecken würden. Als sie die Vegetation zum ersten Mal sahen, konnte keiner von ihnen seine Bewunderung verbergen. Diese Pflanzen sahen absolut einzigartig aus. Ihre Struktur unterschied sich von allem, was sie zuvor gesehen hatten. Die Blätter waren nicht, wie erwartet, durch die Strahlung beschädigt, sondern wirkten im Gegenteil noch kräftiger und voller Lebensenergie. Diese Entdeckung war ein echter wissenschaftlicher Durchbruch. Jeder Zentimeter der Pflanzen wurde sorgfältig fotografiert und untersucht. Ihre biochemischen Werte wurden dokumentiert und Proben zur weiteren Analyse in Labore geschickt. Die Forscher erkannten schnell, dass sie es mit einem Phänomen zu tun hatten, das das Verständnis biologischer Anpassung verändern könnte. Diese Pflanzen haben nicht nur überlebt, sondern sich auch an die Strahlungsbedingungen angepasst und weiterentwickelt. Analysen zeigten, dass ihre DNA und Zellstruktur verändert waren, was es ihnen ermöglichte, Strahlung als zusätzliche Energiequelle zu nutzen. Diese Informationen könnten einen Schlüssel zur Entdeckung neuer Schutzmethoden gegen Strahlung liefern, sowie zur sinnvollen Nutzung radioaktiver Zonen für das Überleben und die Entwicklung der Flora beitragen. Doch was sind die wahren Gründe für das Auftreten dieser Pflanzen und gibt es dabei einen menschlichen Faktor oder hat die Natur selbst einen Weg zum Überleben gefunden? Wenn wir zur Frage übergehen, wie diese Pflanzen sich an solch extreme Bedingungen anpassen konnten, ist zu beachten, dass Wissenschaftler zwei Haupthypothesen in Betracht ziehen, Evolution und Mutationen. In erster Linie könnte die Anpassung dieser Pflanzen das Ergebnis eines evolutionären Prozesses sein. In einem vergleichsweise kurzen Zeitraum konnten sie nicht nur überleben, sondern sich auch weiterentwickeln, indem sie die Strahlung als Wachstumsanreiz nutzten. Dabei wurde festgestellt, dass einige biologische Mechanismen, die zuvor bei anderen Pflanzen nicht beobachtet wurden, für ihre Anpassung entscheidend waren. Allerdings ist auch die Hypothese von Mutationen, die durch die Einwirkung von Strahlung auf ihre Zellen und DNA verursacht wurden, nicht auszuschließen. Die durchgeführten Analysen zeigten, dass die genetische Struktur dieser Pflanzen sich erheblich von den bekannten Arten unterscheidet. Wie sich herausstellte, deutet ihre einzigartige Fähigkeit, Strahlung als Energiequelle zu nutzen, auf das Vorhandensein spezifischer Mutationen hin, die es den Zellen ermöglichen, sich an die Strahlungsumgebung anzupassen. Solche Mutationen könnten eine Schlüsselrolle beim Schutz vor zerstörerischen Einflüssen spielen und sogar die Synthese neuer organischer Verbindungen fördern, die zuvor nicht bekannt waren. Wissenschaftler stellten außerdem fest, dass Strahlung als Katalysator wirken und die Prozesse der Anpassung sowie positiver Mutationen beschleunigen kann. Diese Entdeckungen unterstreichen die Bedeutung weiterer Forschung, denn diese Phänomene könnten die Grundlage für neue wissenschaftliche Entwicklungen in den Bereichen Biologie und Biotechnologie bilden. Die Frage, ob dieser Prozess ausschließlich natürlichen Ursprungs ist oder ob der Mensch in irgendeiner Weise eingegriffen hat, bleibt offen. Weitere Forschungen könnten Licht auf diesen rätselhaften Prozess werfen, der unser Verständnis vom Leben unter radioaktiven Bedingungen verändert. Angesichts dieses erstaunlichen Phänomens standen die Wissenschaftler Pflanzen gegenüber, die scheinbar die modernen wissenschaftlichen Vorstellungen herausfordern. Sie entdeckten, dass diese erstaunlichen Organismen nicht nur unter radioaktiver Strahlung überleben, sondern auch etwas Unglaubliches zeigen, die Fähigkeit zur aktiven Mutation und Anpassung auf der grundlegendsten Ebene. Jede Pflanze wurde zu einem regelrechten Freiluftlabor und bot den Wissenschaftlern eine einzigartige Gelegenheit, Prozesse zu erforschen, die zuvor als unmöglich galten. Die Forscher bemerkten bald, dass diese Pflanzen eine Reihe einzigartiger Eigenschaften besaßen. Im Gegensatz zu ihren normalen Gegenstücken enthielten ihre Zellen eine größere Menge an Pigmenten, die vor radioaktiven Partikeln schützten. Darüber hinaus wurden in ihrem Gewebe neue chemische Verbindungen entdeckt, die der Wissenschaft zuvor unbekannt waren. Diese Verbindungen spielten möglicherweise die Rolle biologischer Schilde, die aktiv der Strahlung entgegenwirkten und es den Pflanzen ermöglichten, diese Energie effektiv für ihren Stoffwechsel zu nutzen. Äußerlich gewöhnlich nutzen sie in Wirklichkeit die Strahlung als Energiequelle. Das ist ein Rätsel, mit dem Wissenschaftler bisher noch nicht konfrontiert waren. Es wurde beobachtet, dass unter erhöhter Strahlung das Wachstumstempo einiger Arten sogar zunimmt. Sie werfen Fragen über eine mögliche Verbindung zur Welt der Mikroorganismen auf, die in Symbiose mit diesen Pflanzen leben und ihnen helfen könnten, Energie aus der kontaminierten Umgebung zu gewinnen und zu verwerten. Jeder Tag, den ich in Tschernobyl verbrachte, brachte neue Entdeckungen mit sich. Es gelang, einzigartige Veränderungen in der DNA dieser Pflanzen festzustellen, die es ihnen ermöglichen, nicht nur der Strahlung zu widerstehen, sondern sie auch aktiv für einen geschlossenen Nährstoffkreislauf zu nutzen. Diese Entdeckung brachte die Wissenschaftler dazu, über die Möglichkeiten der Anwendung solchen Wissens in anderen Bereichen der Biotechnologie nachzudenken. Dennoch bleiben Fragen offen. Wie weit reicht diese Anpassung und was bedeutet das für andere Lebensformen? Vor den Forschern lagen neue Rätsel, die die wahren Gründe für eine so ungewöhnliche Anpassung enthüllen könnten, vielleicht indem sie Licht auf den menschlichen Einfluss oder einzigartige natürliche Bedingungen werfen, die zu diesem erstaunlichen Phänomen beitragen. Kaum hatten die Wissenschaftler versucht, das Geheimnis dieser erstaunlichen Pflanzen zu entschlüsseln, stand ihnen schon ein weiteres Rätsel bevor. Verschiedene Hypothesen begannen sich in den Köpfen der Forscher zu formen. Eine dieser Hypothesen ist die erstaunliche Fähigkeit der Pflanzen zur Anpassung, die auf das Vorhandensein besonderer biochemischer Mechanismen hindeutet, die der Wissenschaft bisher unbekannt waren. Diese Mechanismen könnten es den Pflanzen ermöglicht haben, nicht nur zu überleben, sondern auch zu gedeihen, indem sie die Strahlung als Kraftquelle für ihr Wachstum nutzten. Doch die Untersuchung der Proben im Labor führte schon bald zu noch faszinierenderen Entdeckungen. Es wurde deutlich, dass die einzigartige Zellstruktur viele Fragen über ein mögliches Eingreifen der Wissenschaft oder der Natur aufwirft. Im Verlauf der Analysen wurde ein ungewöhnlicher Proteinkomplex entdeckt, der den Pflanzen vermutlich die Fähigkeit verlieh, beschädigte Zellen mit unglaublicher Geschwindigkeit zu regenerieren. Solche Funde waren verwirrend und erforderten eine eingehendere Untersuchung. Zusätzliche Rätsel lieferten Tests zur Wechselwirkung der Pflanzen mit Mikroorganismen im Boden. Es wurde festgestellt, dass die einzigartige Symbiose zwischen ihnen eine entscheidende Rolle bei ihrer Anpassungsfähigkeit spielen könnte. Die in den Wurzelsystemen lebenden Mikroben helfen den Pflanzen möglicherweise dabei, radioaktive Elemente aufzunehmen und sie in eine Energiequelle umzuwandeln. Diese Wechselwirkung wurde zu einem weiteren Mosaikstein, der einer sorgfältigen Untersuchung bedurfte. Während die Wissenschaftler immer tiefer in dieses Geheimnis eintauchten, blieb eine Frage zu klären, könnten diese Anpassungen Teil eines umfassenderen evolutionären Prozesses sein oder wurden sie durch künstliches Eingreifen ausgelöst? Die Antworten auf diese Fragen könnten nicht nur das Geheimnis des Überlebens von Pflanzen unter solch extremen Bedingungen lüften, sondern auch Aufschluss über die Möglichkeiten der Nutzung ähnlicher Mechanismen in der Zukunft geben. Neue Forschungen warteten auf die Wissenschaftler. Und jeder neue Schritt konnte zu noch erstaunlicheren Entdeckungen in diesem rätselhaften und unvorhersehbaren Bereich führen. Bei der Untersuchung ungewöhnlicher Pflanzen begannen die Wissenschaftler, beunruhigende Spuren eines möglichen menschlichen Eingreifens zu bemerken. Diese Entdeckung kam für die Forscher überraschend, da sie nur natürliche Prozesse zu beobachten erwartet hatten. Die Daten deuteten darauf hin, dass die Pflanzen Anzeichen von Modifikationen zeigten, die für die natürliche Evolution untypisch sind. Ihre DNA enthielt Elemente, die in der Wildnis nicht vorkommen und das Ergebnis genetischer Experimente oder chemischer Einflüsse sein könnten. Die Forscher richteten ihre Aufmerksamkeit auf das Vorhandensein bestimmter chemischer Verbindungen im Boden, die solche Veränderungen erklären könnten. Diese Verbindungen gelangten möglicherweise infolge menschlicher Aktivitäten in die Sperrzone. Die Frage, wer und zu welchem Zweck solche Experimente unter so gefährlichen Bedingungen durchführen würde, blieb offen. Doch die Tatsache bleibt bestehen. Die Spuren menschlicher Aktivität waren eindeutig. Parallel zu dieser Entdeckung stellten die Wissenschaftler fest, dass einige Pflanzen eine außergewöhnlich hohe Strahlenresistenz aufwiesen, die sich nicht allein durch natürliche Anpassung erklären ließ. Diese Pflanzen versuchten im wahrsten Sinne des Wortes, das Maximum an Nutzen aus der Strahlung zu ziehen, was auf eine mögliche gezielte Veränderung ihres Genoms hindeutete. In diesem Zusammenhang wurde auch die Theorie möglicher Experimente in Betracht gezogen, die während des Kalten Krieges durchgeführt wurden, als verschiedene Länder aktiv die Auswirkungen von Strahlung auf lebende Organismen untersuchten. Vor dem Hintergrund solcher Entdeckungen kamen bei den Forschern Verdachtsmomente über einen möglichen Einfluss geheimer Projekte auf, die darauf abzielten, das Überleben unter extremen Bedingungen zu erforschen oder besonders widerstandsfähige Organismen für andere Zwecke zu erschaffen. Bislang wurden jedoch weder Dokumente noch andere direkte Beweise gefunden, die auf konkrete Handlungen hinweisen. Dieses neue Rätsel erforderte eine gründlichere Untersuchung, um alle offenen Fragen zu klären und zu verstehen, welche Rolle diese Pflanzen in der Reihe globaler wissenschaftlicher Experimente und Entdeckungen einnehmen. Als Wissenschaftler erstmals auf die ungewöhnliche Vegetation in Tschernobyl stießen, wichen ihre Erwartungen stark von der Realität ab. Anstelle von durch Strahlung geschwächten und verkrüppelten Pflanzen fanden sie florierende Arten vor, die selbst die erfahrensten Forscher überraschen konnten. Es ist wichtig zu betonen, dass die Natur hier ihre unglaubliche Kraft und Fähigkeit gezeigt hat, sich an extreme Bedingungen anzupassen, die für das Leben eigentlich undenkbar erscheinen. Besonders beeindruckte die Wissenschaftler die Tatsache, dass diese Pflanzen nicht nur überlebt haben, sondern auch aktiv wuchsen und eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Strahlung zeigten. Die Forscher entdeckten, dass ihre Wurzeln tief in den verseuchten Boden eindrangen und Nährstoffe aus dessen Innerem zogen. Dies ermöglichte es den Pflanzen nicht nur mit der Strahlung umzugehen, sondern sie auch in eine Art Ressource zu verwandeln, die ihr Wachstum und ihre Entwicklung förderte. Die Untersuchung der Pflanzen brachte außerdem einzigartige biochemische Mechanismen zutage, die ihnen halfen, sich an die radioaktive Umgebung anzupassen. So stellte sich beispielsweise heraus, dass ihre Gewebe einen komplexen Satz von Antioxidantien und anderen Verbindungen enthalten, die in der Lage sind, Strahlenschäden zu neutralisieren. Diese Entdeckung war ein echter Durchbruch und löste eine Welle des Interesses an den Möglichkeiten aus, solche Mechanismen in der Medizin und anderen Bereichen zu nutzen. Jeder Schritt, den die Wissenschaftler unternahmen, eröffnete immer komplexere Rätsel. Es stellte sich heraus, dass einige Pflanzen einzigartige Formen der Symbiose mit Mikroorganismen entwickelt haben, die im Boden leben. Diese Mikroben helfen den Pflanzen möglicherweise dabei, radioaktive Elemente zu verarbeiten und sie als Energiequelle nutzbar zu machen. Eine solche Wechselwirkung schuf ein neues Ökosystem, das erforscht werden musste, um zu verstehen, wie derart komplexe Systeme unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese erstaunlichen Entdeckungen waren erst der Anfang für weitere Forschungen, die Licht auf die verborgenen Möglichkeiten der Natur werfen und vielleicht neue Wege zur Lösung ökologischer Probleme in der Zukunft aufzeigen könnten. Doch es bleibt die Frage, was war tatsächlich der Auslöser für solche erstaunlichen Anpassungen, die Natur selbst oder Menschliches eingreifen? Angesichts all dieser Entdeckungen fragen sich Wissenschaftler, ob es möglich ist, dass diese erstaunlichen Pflanzen auf den Beginn der Erholung der Natur nach einer globalen Katastrophe hinweisen. Oder ist das alles nur eine Illusion, hervorgerufen durch zufällige Mutationen und menschliche Experimente? Die wissenschaftliche Gemeinschaft vertieft sich in die Erforschung der potenziellen Folgen, die solche erstaunlichen Anpassungen für die Zukunft haben könnten. Zunächst einmal stellen diese Pflanzen nicht nur ein Beispiel für Überlebensfähigkeit dar, sondern möglicherweise auch den Schlüssel zur Wiederherstellung. Wenn die Natur selbst unter solch harschen Bedingungen einen Weg zur Anpassung gefunden hat, könnte dies die Grundlage für die Entwicklung neuer Strategien zur Wiederherstellung geschädigter Gebiete bilden. Darüber hinaus gibt die Entdeckung solcher Pflanzen Hoffnung darauf, dass die Vielfalt des Lebens sich selbst nach den schwersten Erschütterungen wiederherstellen kann. Vielleicht werden diese Erkenntnisse eines Tages der Menschheit dabei helfen, Methoden zur Rekultivierung verschmutzter Gebiete zu entwickeln und die Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen an Umweltveränderungen zu verbessern. Dennoch sollte man auch Vorsicht walten lassen. Denn wenn menschliches Eingreifen tatsächlich eine Rolle bei der Entstehung dieser einzigartigen Organismen gespielt hat, stellt sich die Frage nach dem ethischen Aspekt solcher Experimente. Welche Folgen kann eine unvorsichtige oder absichtliche Veränderung des Genoms von Organismen nach sich ziehen? So oder so bringen die entdeckten Pflanzen die Wissenschaftler schon heute dazu, ihre bisherigen Ansichten über Evolution und Mutation zu überdenken. Diese unbekannte Welt der Pflanzen, in der die Strahlung zum Verbündeten geworden ist, bleibt geheimnisvoll und faszinierend. Es stehen noch viele Fragen offen, die gelöst werden müssen. Und vielleicht werden weitere Forschungen eine Antwort auf eine der wichtigsten davon geben. Kann sich die Natur nach solch zerstörerischen Ereignissen wirklich vollständig erholen? Oder ist das nur eine flüchtige Illusion, die komplexere Prozesse verbirgt, die auf einer tieferen Ebene ablaufen? In jedem Fall bleibt uns nur weiterzugehen und nach Antworten zu suchen, solange die Geheimnisse dieses erstaunlichen Ortes ungelöst bleiben.